Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Far Cry 5. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Willkommen auf meinem Kanal. Nach gefühlt tausend Versuchen hat es dann doch geklappt. In dieser Folge möchte ich euch meiner Meinung nach die schwerste Klatschnicksten Herausforderung in Far Cry 5 zeigen. Es hat sehr viel Nerven gekostet, aber es hat sich gelohnt dran zu bleiben. Ich wünsche euch viel Spaß. Wieso nicht gleich so? Wenn sie einen Baum trifft, ist sie Geschichte. Guck mal, so geht das. Ah, er geht noch weiter hier. Guck mal, so geht das. Sie fliegt geschafft. Was für eine Meisterleistung. Yes, Baby. Yes. Mein Gott, nee. Nach tausend Versuchen geschafft. Irgendwie dieses Gewehr, ich weiß nicht. Oh, ich muss meinen Hund retten. Oh, ich muss meinen Hund retten. Schnell, 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 schnell. Hund. Nein, das gibt's doch nicht. Komm. Hund, rette mich. Scheiße. Das war wohl zu offensiv. Ich habe gerade gehört, dass der Trailerpark von Kultisten umstellt ist. Sie glauben, dass wir den Überläufer entführt haben und werden alles tun, um ihn zu befreien. Unsere Leute sind umzingelt. Du musst eingreifen, schnell. Hey, wissen die schon, dass ich da bin? Auf wen ballern die jetzt auf mich? Scheiße, die haben mich entdeckt. Na? Stop. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ach du Scheiße, die sind schon hier drin gewesen. Ah Junge, der hält voll viel aus, der Typ. Aber nicht viel genug. Oh Scheiße, falsches Ziel. So, dann tun wir doch mal den Überläufer übertragen. Wohin denn? Ja, toll. Sorry. Ich muss den jetzt 100 Meter lang tragen, äh 100 Meter weit meine ich. Gleich haben wir es geschafft. Was war das für Fehler? Achso, ich muss hier noch weiter kämpfen. Mein Gott, meine ganzen Kollegen, was ist los? Schnell, ich muss meinen Freund Boomer retten. Und ich habe keine Munition mehr. Ich hoffe es hat dir soweit gefallen. Vergiss nicht dieses Video zu bewerten, konstruktive Kritik ist sehr erwünscht oder Vorschläge kannst du mir gerne unten in die Kommentare schreiben. Falls dir gefallen hat und du weitere Details von mir sehen möchtest, dann abonniere einfach meinen Kanal. Wenn du mich bereits abonniert hast, vergiss nicht die Glocke bei YouTube zu aktivieren, sonst könntest du Videos von mir verpassen. Oder wenn du im Livestream zuschauen möchtest, kannst du mir gerne auf Twitch folgen. Der Link zu meinem Twitch Kanal ist unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche allen einen schönen Tag und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Ciao Leute!